Wir sind Culture Candela und wir unterstützen Alpha-Musik, denn jeder hat das Recht auf eine Grundbildung. Das Thema funktionaler Analphabetismus ist noch weitgehend unbekannt und für viele Menschen in Deutschland neu. Doch es darf nicht länger ein Tabuthema bleiben. Es gibt bereits viele Menschen, die das Lesen und Schreiben auch nach der Schulzeit erfolgreich gelernt haben. Und wir müssen diejenigen unterstützen, die es vielleicht noch nicht so gut können oder es noch nie richtig gelernt haben. Wir wünschen allen Lernern da draußen viel Erfolg und Mut bei der Sache. Packt es an und schreibt euch nicht ab, lernt Lesen und Schreiben. Wir wünschen allen Lernern da draußen viel Erfolg und Mut bei der Sache.